Sehr geehrte Zuschauer, im folgenden Video sehen Sie zwei FPV-Menschen, die im Wald rumfliegen. Mich beauftragt haben, das Ganze zu filmen mit einem Leuchtding, damit Sie nicht in die Fresse fliegen. Ich friere mir übrigens den Arsch ab. Meine Hände sind kalt, ich kriege Tropfen ab. Und ich hoffe, ich kriege dafür wenigstens ein Küsschen, dafür, dass ich das hier mache. Viel Spaß beim Anschauen. Sieht aus wie eine Hexe für mich. Ich friere mich. Ich friere mich. Musik Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.